Das war wieder eine Sache für Kostic! Und seine Paciencia, der könnte irgendeine Paciencia an den Kontak, alleine aufs Hohen, der Sintia, und der Sintia zertritt! Überragende Parade von Kredi. Es ist ja immer was Besonderes, wenn die Bayern zu Gast sind. Jetzt Kostic, Schokse, Kostic, abgefälscht, sauer. Überragend! Jetzt vielleicht Kamada! KORN! KORN! Da ist die Kamada, können das drücken, aufschießen! KORN! Mainz 2, Frankfurt 1. Guter Pass auf die rechte Seite, Gattino mit dem Strafe und Pass auf das Tor! KORN! Kommt mal von Chetla, Tor! KORN! War vermutlich der Ball, Achtungssuch, Schokse, Chetla! Das ist er schon wieder! Das ist er schon wieder! KORN! 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 um sein zweites Ziel in so viele Spiels zu scoren. Was für ein herrliches Solo von Aichi Kamada. Wunderbar vollendet von Silva mit der Hacke. Toll! Toll gemacht von Dominik Bohr und der Ball ist drin!